Was sucht der denn hier? Die Herren interessieren sich für die Immobilien in dieser Straße? Eine Kaufanfrage für Haus Nummer 3. Die Frau Dressler, die versucht jedem im Haus hier ein Angebot zu machen. Zwei Wohnungen plus die 20.000? Wann muss ich unterschreiben? Das ist das Haus meiner Kindheit. Kein Geld der Welt kann aufwägen, was eine Hausgemeinschaft wert ist. Alle meine Lieben wohnen hier. Eine Eigentumswohnung bauen und verkaufen bringt etwas mehr ein, als die Miete, die wir jeden Monat bezahlen. Was macht der Widerstand? Jede Stimme zählt. Ja, wofür kämpfen wir denn dann verdammt nochmal, wenn allen alles egal ist?